Wo ist der Priester? Der Kirche sind vor Monaten die Priester ausgegangen, wegen der Fummelei. Das wird jetzt von einem Rabbi übernommen. Shalom allerseits. Willkommen zu dieser Taufe. Bevor wir das Kind ins Wasser tauchen, ist es 20 Minuten her, dass er gegessen hat. Ja, Rabbi. Wunderbar. Dann tauchen wir das Kind wie einen Donut. Ich taufe dieses Kind im Namen von Jesus Christus, der von wem auch immer umgebracht wurde. Das ist nicht wichtig, denn wir wollen ja auf niemandem mit dem Finger zeigen. Können Sie meine Tochter bitte aus dem Wasser holen? Entschuldigung. Gratuliere, Schätzchen. Du bist eine Christin. Von nun an wirst du jeden Sonntag einen harten Keks bekommen und so tun, als wäre er ein Typ.